Petra verkleidete sich wirklich gern. Ich nahm die Perücke. Ohne die konnte sich Petra wenigstens nicht mehr für mich ausgeben. Es war ein großer Koffer. Petras Name stand auf dem Anhänger. Sie reiste nicht gerade mit leichtem Gepäck. Okay. Wenn das Petras Koffer ist, dann könnte das jetzt das Triumph sein. Das Bingo. Der Koffer war voll mit Kleidern. Zu oberst lag ein kleiner Föhn. Kann ich den nicht... Okay. Moment. Nehmen. Ich nahm den Föhn. Nein. Abgesehen von ordinären Kleidern war nichts in dem Koffer. Schade. Schade, schade Schokolade. Und hier haben wir noch einen Koffer. Es war ein weiterer großer Koffer. Zu viele Kleider kann man nicht haben. Doch. Doch, doch, doch. Das kennen wir doch. Eine dunkelhaarige Perücke lag im Koffer. Petra verkleidete sich wirklich gern. Ich nahm die Perücke. Ohne die konnte sich Petra wenigstens nicht mehr für mich ausgeben. Richtig, richtig. Vielleicht können wir ja jetzt irgendwie was basteln. Die Bastelstunde. Komm. Braune Perücke. Äh... Kann man die föhnen? Ich meine, es... Nö. Kann ich die... ...irgendwie vielleicht ausblechen, wenn ich da irgendwie was dran schmiere und dann föhne? Nö. Nö. Achso, ich habe auch ständig den falschen Knopf gedrückt. Aber es gibt auch gar keine Möglichkeit zu interagieren. Alles klar. Ja, dann schmeiße ich es wieder weg. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen dritten großen Koffer? Nein? Ne, scheint echt nicht so. Hm. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Hier vielleicht noch reingucken. Eine große, auf Hochglanz polierte Kommode. Irgendjemand hier hatte Sinn für erlesene Möbelstücke. Niemand, der gern tötet. Ja, wow. Die Kommode war verschlossen. Das Schloss war selbst für eine Antiquität erstaunlich widerstandsfähig. Okay. Jetzt behalte ich mal, ob das so eine gute Idee ist. Es war ein kunstvoll dekoriertes Waschbecken. Anschlüsse und Wasserhähne waren sehr alt. Solange sie funktionieren. Die Hähne am Waschbecken versprachen sowohl heißes als auch kaltes Wasser. Naja, zumindest gab es kaltes Wasser. Okay. Ähm. Ich kann das nicht mitnehmen, was auch immer es ist. Schade eigentlich. Und sonst gibt es hier nichts. Aber das muss doch einen Grund haben, warum ich hier rein kann. So. Ähm. Ja, dann mach sie halt nass. Was für ein Plan. Ich hab keinen Plan. Ich probiere gerade nur rum. Zeitung. Notizblock. Okay. Ich hatte keinen Grund, das zu tun. Doch, du hast doch gekündigt, dachte ich. Das war nicht das Richtige. Dann halt nicht. Das war nicht das Richtige. Dann halt nicht. Das war ungeeignet. Wisst ihr, ich kann aber auch nicht mehr den Wasserhahnis bedienen oder so. Ich hob die Perücke wieder auf und überlegte, was ich tun sollte. Die Hähne am Waschbecken versprachen sowohl heißes als auch kaltes Wasser. Hm. Ja, jetzt erst was anderes reinlegen, wird mir nichts bringen. Petras dunkelhaarige Perücke. Sie stand wohl auf Verkleidungen. Die Frage ist halt, ich krieg ja sonst nichts. Und das hier kann ich wahrscheinlich auch nicht irgendwie knacken oder so. Ich mein, womit denn? Mit dem Föhn? Das würde hier nicht funktionieren. Eben. Und mit dem hier kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich spielte mit dem Gedanken, entschied mich aber dagegen. Ja. Meine ich doch. Kann ich hier vielleicht irgendwie eine Kerze nehmen und dann Wachs da rein tropfen und, äh... Und das dann irgendwie umfärben, damit ich dann ne blonde Perücke hab oder so'n Schmal. Weil die gehen ja alle nicht auf. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Ihr habt das Gefühl, ich hab im Hauptgang hinten was übersehen, weil die Kerzen, das... Kann's eigentlich nicht sein. Da kam ich her. Da geh ich nicht hin. Da ist das die knarzende Diele. Die knar-knar-knarzi. Okay. Und hier speichere ich erst mal. Bäm. Nur für den Falle, dass die mich erschießen, aber es könnte ja sein, dass sie unten... Mit dieser Aufmachung würden mich die Wächter sofort als Eindringling erkennen. Dachte ich mir. Und die knarzende Diele, gibt's die immer noch? Ach, auf einmal knarzt sie nimmer. Ja, alles klar. So. Da kam ich her. Da kann ich nicht rein. Habe ich da drüben irgendwas übersehen? Ich meine, stimmt, hier ist ja so eine Art Vorratsraum. Aha. Damit die Perücke vielleicht irgendwie einen Wein tränken. Vielleicht gibt's ja so eine Art Weißwein. Wieso nicht? Wieso nicht? Hier, bam. Warum nicht? Was soll ich denn sonst machen? Das würde hier nicht funktionieren. Das sagst du. Ich hätte keinen Grund, das zu tun. Ich sag, das funktioniert. Irgendwie. Das war nicht das Richtige. Die Rüstung war alt und rostig. Ich wollte sie nicht berühren, um Lärm zu vermeiden. Dann muss es hier aber doch fast noch irgendwie was geben, oder? Nee. Das heißt, ist hier nichts. Ja, aber, aber, aber. Und wenn ich hier... Das würde ich auf keinen Fall tun. Dann halt nicht. So nicht. Ich bin total überfragt. Ich bin total überfragt. Ich kann das auch nirgends reinfüllen, irgendwie. Den Wein. Komm, hier, pack die Zeitung rein. So nicht. Dann halt nicht. Irgendein Detail habe ich übersehen. Ja, okay. Und drauf hier. Ob es jetzt wieder knarzen wird? Knarzt. Ja, okay. Ich darf aber rumrennen. Immerhin etwas. Das ging nicht auf, oder? Nee. Von den Gemälden aus geht auch nichts. Ich sehe hier keinen Hotspot. Nee. Nicht der Ansatz eines Hotspots. Ich habe also quasi nur mein Inventar, die Abstellkammer und das Zimmer von der Petra. Mehr habe ich nicht. Da ist hier rechts noch eine Tür versteckt, die man nicht sieht. Nee. Mehr Optionen habe ich nicht. Das hilft mir aber nicht weiter. Und die Kerze hier, da kann ich mit dem Kopf durch, aber mehr auch nicht. Weißt du, die ist eh bekloppt. So eine Riesenkiste für eine Perücke. Wow. Wow. Das ist echt Wahnsinn. Braucht man. Beziehungsweise Frau. Nee, aber wartet mal. Oh nee, das ist Balkontür oder so. Okay. Und hier? Okay. Dieses Möbelstück kann ich nicht durchwühlen. Was bringt mir denn die Perücke denn in dem Waschbecken? Gut, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie umfärben, aber ich weiß nicht, wie ich die umfärben soll. Das ist halt das Problem. Ich kann die hier reinsetzen, aber das war's dann auch. Die Perücke lag im Waschbecken. Ich hob die Perücke wieder auf und überlegte, was ich tun sollte. Ja, ich kann's dir nicht sagen. Ich bin, ich bin überfragt. Ich, äh, werd da jetzt mal, äh, nachschauen, ne? Ich hab das ja hier noch offen. So, in eine Abstellkammer. Ja, da, die Wächter haben wir. Warte mal, Perücke, Bleichmittel, wo finde ich denn Bleichmittel? Irgendwo soll es anscheinend Bleichmittel geben. Ja, danke, Werbung, das will jetzt keiner sehen. So. Äh, Schleie, öffnet sie, nehmt euch den Föhn, ansonsten ist er, äh, äh. Eingangshalle. Laufst du die Tür, auf der Gegend öffnet. Ja, wieso scrollst du jetzt automatisch? Danke. Was soll die Kacke? Ja, wo war ich jetzt? So. Ähm. In die Küche, wo ein Koch gerade besch... Es soll irgendwo ne Küche geben? Okay. Hä? Oder geht jetzt ne Tür auf, die vorher nicht aufging? Weil es ist ja vorher, wo der Koch gerade beschäftigt ist. Ja, das find ich ja aber auch Banane. Wenn jetzt auf einmal ne Tür aufgeht, bei einem Spiel, das aus Türen nur gerade so besteht, äh, die man alle schon gecheckt hat, die vorher nicht aufging. Das wär ja mal völlig Banane. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Okay. Diese Tür also nicht. Die Tür war verschlossen. Diese Tür also auch nicht. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Diese Tür auch nicht. Oh, man. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ja, die auch nicht. Okay. Sehr cool. Und diese hier? Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Natürlich nicht. Wieso sollte sie auch? Dann haben wir hier noch was. So. Und dort können wir runtergehen. Und hier haben wir die Abstellkammer. Sag bloß, ich kann mich hier langschleichen. Also das wäre ja noch völlig Banane. Okay. Das ist doch die Haupthalle, oder? Oh. Oh Gott. Aber wir sind auf der Rückseite davon. Ach so. Vielleicht war die Tür zu massiv. Jedenfalls konnte ich nichts hören. Wisst ihr, warum ich davor nicht reingehen wollte? Weil sie einen Schritt reingemacht hat und gesagt hat, nee, ich sollte mich Mucksmäuschen still verhalten. Das ist für mich als Spieler das Signal. Geh da nicht hin. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Aber scheinbar soll ich genau hier hin. Ich speichere es nochmal. Hier ist eine Tür. Oh, okay. Hier bin ich richtig. Mit Gemüse auf einem Schneidebrett. Es ging ihm nicht gut von der Hand und er sah nicht besonders glücklich aus. Ja, den kennen wir auch. Na gut, aber ich würde sagen, dann war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part über den Kommentar. Deine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baffo mit Fluch 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.